Tante Hermine kocht heute zur Feier des Tages ihr bestes Gericht. Sie trägt ihr rotes Kleid, über das sie eine weiße Schürze gebunden hat. Ihre schwarzen, langen Haare sind zu einem Zopf geflochten. Sorgfältig rührt sie mit dem Kochlöffel im Topf und zwinkert Rudi zu. Du wirst toll aussehen in deiner Rüstung. Rudi hat Angst. Er weiß, dass niemand Ritter wird, nur weil er eine Rüstung anhat. Nein, eine schwere Mutprobe liegt noch vor ihm. Das Gefährlichste ist, das Ei eines Höhlendrachen zu stibitzen. Das Kniffligste ist, die Feder eines Goldvogels zu finden. Die Blüte einer fleischfressenden Pflanze zu pflücken, stellt sich Rudi am einfachsten vor. Er würde sich gerne verstecken, doch sein Onkel wäre dann traurig. Rudi zieht die Unterlippe ein und nickt entschlossen. Er setzt sich auf den Stumpf eines Baumstammes. Seine nackten Füße sind schmutzig und staubig. Ehe Tante Hermine protestieren kann, schlüpft er geschwind in die Lederstiefel, an denen ein Beinschutz aus Metall befestigt ist. Auf Füße waschen hat er nämlich noch weniger Lust, als darauf, die Ritterkleidung anzuprobieren. Die Stiefel riechen neu und sind noch hart. Rudi macht ein paar Schritte damit und betrachtet sie von allen Seiten. Die sehen toll aus, ruft Tante Hermine freudig aus. Schau, ob das Kettenhemd richtig passt, murmelt Onkel Wilhelm und hält es bereits über Rudis Kopf. Der lange Bart kitzelt Rudi an der Nase, als er die Arme nach oben regt und sich beim Anziehen helfen lässt. Er hat das Gefühl, als würde Onkel Wilhelm auf seinen Schultern sitzen, so schwer liegen das Kettenhemd und der Helm auf ihm. es können auch ein Kettenhemd mitzir evolutionen sein. Und dann kommt das zu dem Tante Hermine. Vielen Dank.